Was ist für uns ein ganz wichtiges Spiel? Das ist für uns ein ganz wichtiges Spiel. Wir treffen auch eine Mannschaft, die zu Beginn der Saison wahrscheinlich gefüllt war. Unsere Kategorie und um die Plätze, die vielleicht gefährlich werden könnten. Wir haben jetzt wirklich eine Möglichkeit, dass wir uns gewaltig absetzen könnten. So sehen wir dieses Spiel auch immer noch. Wir sind gut unterwegs, wir sind gut in die Saison gestartet, auch von den Punkten her. Das ist alles in Ordnung. Aber das ist schon ein Spiel, wo man einen riesigen Schritt machen könnte. Dass man sich von einem Klub einmal zumindest gefühlt ziemlich entfernen könnte. Und deswegen ist das schon ein ganz wichtiges Spiel. Ich glaube, Hannover hat sich auch einen besseren Saisonstart gewünscht. Wir sind eigentlich gut reingestartet, haben jetzt auf Schalke mit 3-0 einen Sieg eingefahren, den nicht jeder so erwartet hätte. Und den versuchen wir jetzt so ein bisschen zu vergolden. Und ich glaube, mit einer guten Leistung haben wir da auch gute Chancen, die 3 Punkte hier zu behalten. Ja, natürlich ist der Gegner gut. Aber wir spielen in unserem Stadion mit unseren Zuschauern. Und ich hoffe, dass wir drei Punkte mitnehmen können. 2 ... 1 2 ... 1 4